ARD Text im Auftrag von Funk 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 Aber ich glaube, mit dem Crossbow darfst du auch. Crossbow? Alles, oder? Crossbow darfst alles, ja. Alles, ja. Das ist jetzt nur die Frage, ob wir treffen. Weil wir wissen beide nicht, wie die Zielvorrichtung wirklich genau geht. Dann schieße ich einen Birdshot. Wenn du dich sicher fühlst, zieh einfach runter. Und wenn du daneben schießt, dann schieße ich nach. Okay. Geht's? Ja. Ja. Ja, geht das. Nein, komm ein bisschen rein. Jetzt dann langsam darfst du schießen. Drei, zwei, eins. Feuer! Troffen und legt, passt. Mit der Crossbow das? Ja. Cool. Das coole ist, dass du so leise bist, da sind noch immer die ganzen Viecher um uns herum. Ja. Dann ruft schon wieder das nächste. Gehen wir's... Oh cool. Oh shit. Schieß. Aber schnell. Jawoll. Wir gehen am Weg. Und vor uns, weiß ich nicht, 20 Meter, oder? Mehr war's nicht. So was, ne. Kreuzst auf einmal Wildschwein den Weg. Nein. Das war cool. Uh, es laggt. Acht... Acht Kilo. Wo hast du's da offen? Body. Body, okay. Komm wieder zu mir rauf, da hat's wieder das... der Elch gestreint auf oben. Siehst du irgendwas? Ich hab da ne Spur... Ja, ja, hinter uns! Hinter uns! Ah, ich so sagen. Ich beweg mich jetzt nicht mehr, ich seh's nicht mehr, aber ich beweg mich jetzt nicht mehr. Ich seh's, aber ich hab keinen guten Schuss. Ich glaub von dir aus, wenn du dich ein bisschen besser positionierst, hättest du einen besseren Profilschuss. Ich seh nicht drüber. Hm. Ah, okay, das ist Arsch. Naja, das ist links hinten. Ich mein, schief. Ja, es geht eigentlich schon... Ich so irgendwie auf die Schulterblätter zieh. Schief im Schuss, weil... Auf die vorderen. Naja, jetzt bewegt sich's eh. Nein, du musst aufs hintere Schulterblatt hin, dann geht's durch alles durch. Das ist keine... Auf das, was du nicht siehst. Auf das, was du nicht siehst. Hinter uns! Hinter uns! Ich beweg mich nicht. Ah, ja. Oh, na. Shit, das ist das andere wieder. Aber jetzt haben wir... Dann schieß. Kann er mal ehrlich wo rinspringen? Weil's so lustig ist. Ja. Drei. Zwei. Jetzt machen wir mal raus. Gibt's so gut läuft hier. Ja. Oh fuck. Okay, schiefsgeobacht. Oh, das ist ziemlich agil. Ja. Okay, ich, oder? Das ist eigentlich zu weit weg. Aber die Strachrichtung. Ja. Trafen hast du aus hier noch definitiv Blut. Du siehst ihn? Auf der Straße? Vor dir. Nein, im Wald. Ich seh's. Bei dir. Na ja, ich muss aber noch ein bisschen warten. Die anderen schreien ja noch immer. Das ist genial. Ah, da kommt die. Als wären wir nie hier gewesen. Alles schon. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Noch einer. Zwei. Es sind zwei. Wo, wo? Okay, dann lass mir den zwei. Rechts daneben. Ich nehm den näheren. Ja. Den direkt bei der Straße. Und liegt drei. Es sind drei. Ja, das ist fliegen. Nicht bewegen. Siehst du? Lass auf, dass ich mich stehe. Ich seh nur einen, leider. Ah, ist jetzt die Frage welchen du siehst. Die gehen beide. Sind ziemlich knapp nebeneinander. Der eine geht... Ja, okay. Jetzt seh ich... Ja, ich seh den... Nimm du den näheren für dich? Den rechten. Ja. Okay, geht's? Ja. Feuer. Passt. Liegt beides. Jetzt tut mir aber das eine Leid, was wir nicht erschossen haben. Das rennt jetzt da allein herum. Voll Trauer. Unsuchend. Und traumatisiert. Oh, super. Ihr habt alle emotionale Probleme. Das ist ein Computerspiel. Das ist wirklich sehr realistisch gemacht. Mhm. Ja, ich find das so genial, wenn man sie so anlockt. Noch Elchen. Dann schleicht an sie und so. Da war noch ein Elch. Siehst du, ob es Männchen oder Weibchen war? Nein, leider nicht. Mhm. Und da, was haben wir da noch? Noch ein Elch. Boah, das ist ein volles Elchgebiet. Boah, das sind ja alles verschiedene. Boah, das sind ja alles verschiedene. Ja, Elch bräuch ich was anderes. Ich glaub, da muss ich mit der Schruttel dran. Sonst läuft das wieder drei Kilometer. Nee, ist nicht so lustig, wenn man das wirklich abgeht danach. Das stimmt. Aber du hast ihn echt noch gefunden. Naja. Ja, wir haben das selbe Problem wieder. Nein. Hast du auch keine Fliegenspuren? Die ist jetzt schon sehr lange her. Das ist Blut. Ich hab Blut gefunden. Ja? Ja. Blut im Stuhl. Blut im Stuhl. Nicht im Stuhl. Hier, da redet der Busch, wo ich gestanden bin. Noch mehr Blut, das ist gut. Noch mehr Blut ist gut. Blut im Stuhl. Gutes Blut. Gutes Blut. Gutes Blut. Gutes Blut. Gutes Blut. Gutes Blut. Garnig Wolle muss es waschen. Italikt hast du, oder? Okay, das sicher witz ich nichts. Okay, das ist das. Ist das? Boah, da ist viel Blut, ja. Ah, okay. Ey, bis dahin schon mal drauf. Boah. Nicht viel. Boah. ja du bist der einzige das getroffen hat sehr gut